Gute Aktion jetzt, Parasit Tor! Ich muss sagen, Parasit macht seinen zweiten Treffer und so darf man den dort nicht alleine stehen lassen. Parasit, schöner Sturmlauf auf Jun und das 3 zu 0 für die Austria, ein siebentes Europa-Cup-Dor. Hoch, wieder Klein, auf der Maschion und da ist das 1 zu 0 für die Wiener Austria. Hoch, noch einmal, Florian Klein, dem sehr guten Pass auf Tomaschion, der wollte, glaube ich, Miss Klein. Dann wird der Ball auch noch leicht abgefälscht und nasser Parasit steht goldrichtig. 1 zu 0 für die... Da ist er jetzt, Tomaschion. Guter Schuss und der Ball ist im Tor! 75. Minute Trotzdem muss man da wahrscheinlich... Parasit Parasit per Kopf Schnell im Spiel Diese Ecke Und dann Mittendrin Ja, im Fünfer, das sind 3 Meter vielleicht Kurze Distanz Er hat keine Möglichkeit da zur Abwehr Leibachs Keeper Zafitsch Und los geht's Mit durch den 2 Parasit Jun Parasit Tor! 14 Sekunden oder 13,5 Auf den Weg Tomaschion im Doppelpass Und so einfach kann das gehen Man trifft da präzise Pass Eine Topform Im Abschluss Die kann sich sehen lassen Und jetzt Barasit Mit der Selbstverständlichkeit von 5 Toren in dieser Euroleague Saison Joll! 3 zu 2 für die Austria In Unterzahl 69. Spielminute Ab sofort läuft die Uhr wieder für die Austria Matcht Olympia Leibach im eigenen Stadion 3 zu 2 nieder Und das ist der große Matchwinner des Tages Lindl Sotner Und das ist die erste Möglichkeit einmal quergespielt Und kein Abseits 1 zu 0 Lindl Schöner Doppelpass Passt alle Sotner Und der Auch noch von vorne über die Wiener Austria Lindl 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 Lindl